recht herzlich willkommen zur 106 folge von avorion ja wir sind hier unterwegs müssen noch ein bisschen abwracken es ist tatsächlich nach abspeichern das schiff hier noch da dachte das wäre weg ist aber dann doch nicht dann können wir das gerade mal hier erledigen noch ein bisschen was abbauen noch vielleicht haben wir ja glück und da ist noch was drinne warte mal einmal anklicken und dann kann es abbauen ohne dass da irgendwelche schwierigkeiten entstehen also schon entstehen aber dann wenn es einmal angeklickt hast dann bleibt es besser bestehen sagen wir es so jetzt sind wir da schon tatsächlich dran vorbeigesegelt jetzt geht's nicht doch jetzt wollen wir das gerade ab so jetzt hier wieder der eskortiert uns noch schön wie wir gerade sehen der fliegt mich schön hinter uns her jetzt mal einmal auswählen so und jetzt geht's auch so das ist uns abbauen und hoffen dass was drinnen ist jetzt bin ich auch noch überlegen wenn man das abwracken und unser abwracken aus eisen ist aber man kann ja dann titan abbauen als dingens sag schon als als wertstoff wahrscheinlich nicht nur jetzt das weg und das können wir hier wieder weitermachen wenn wir angst dass ich unser eigenes schiff gleich abwracken weil das da so schön nah herum fliegt da ist die antenne so die haben wir auch ja sieht nicht so aus als ob da was dran ist ne knallz einmal richtig so gleich ist weg da ist noch ein teil und das ist nothing so haben wir noch irgendwas irgendwo war noch was da ist was keine ahnung ob das noch ein stück vom alten schiff ist oder ob so und das dann auch weg sehr schön die besatzung von unserem ölplattform wurde bezahlt sehr interessant ja signale wurden stärker und wir machen dann mal hier den abflug ost nordost ist das richtig ost nordost wäre richtig dann fliegen wir doch mal da durch das tor dass wir hier wegkommen und wir hoffen dass unser schiff auch nachkommt wo ist er vor bis der so ein quark kommen wir sind schon auf halbem weg und dann fällt ihm vielleicht ein dass er nach muss ja so wie weit ist er denn jetzt noch weg 11 10 fremdartige schiffe sind erschienen die sind da ich hoffe unser ist jetzt nicht so nah dass die da den plat fliegen aber glaube woanders hin oder sogar naja die nicht die fliegen woanders hin verteilen sich unser schiff ist aber da und wir hoffen dass wir da durchkommen und unser schifflein dann folgt wäre ja ganz nett ja wir brauchen mechaniker haben wir auch so ein stück weg vom tor fischfarm ist das reingucken schwarzes brett lieferung fische nicht sehr interessant wo der flitzt jetzt hier vorbei früher waren die ja so richtig langsam torgebühr bezahlt das bedeutet unser schiff ist da das ist schon mal was wert schwarzes brett bei dem 35.000 ja was machen wir hier ist die frage das ist ein ressourcendepot wir wollten jetzt im endeffekt ein sag schon zielerfassungssystemfabrik aber da kann man nichts kaufen ne 29.000 credits okay die wären schon interessant ne jetzt haben wir denn hier noch plastik hersteller ich glaube wir gucken mal gerade auf die karte da sind nämlich alle auf einmal das was wir jetzt wirklich suchen ist da nicht bei ne warum ist der punkt hier so hell fliegen wir da mal hin nordost das tor was ist das da für einer kreuzer ok sehr interessante bauform schauen wir mal dass wir hier durchkommen vor allem interessant wird wieder sein dass unser handelsschiff nachkommt eine so eine hohe geschwindigkeit und die so eine schlechte kann sein so da sind wir vor dem tor und gucken jetzt erstmal wo er bleibt 14 alter ja schön wenn er sich mal ein bisschen beeilen würde jetzt kriegt aber wohl die kurve aber wir können da ja auch warte mal gab es auf der karte mehrere ausgänge wir können erstmal durchfliegen gucken wo wir da hinkommen sich das überhaupt lohnt vielleicht auch eine sackgasse dann kann man mich wieder zurückfliegen ok hier geht es auf jeden fall weiter ist hier was drinnen nicht ne doch eine militärstation zwei tore das bedeutet wir fliegen dann dahin ne wenn unser schiff danach kommt das ist ein komboi ne schiff ist nachbekommen und da unten ist die dinge station die militärstation ist da irgendwas schönes die wollen roboter haben ok die kosten richtig kohle aber das haben wir nicht entschuldigung sektor erkunden war das zweite na das wollen wir auch nicht machen dieses tor ist dann das nord tor und das ist der einzige ausweg da oder ja dann nehmen wir den erst noch mit gucken was da ist ein bisschen astroiden mäßig ist hier was aufpassen wir nicht so gegenfliegen sieht aber sauber aus hier ja der wird nachkommen will ich hoffen aber wir gucken mal durch kann ja wenn es danach nichts mehr ist oder sowas dann haben wir da schon erklärt wer ist das ist eine handelsstation böse leute reparatur doc gibt es da irgendwas schönes beim reparatur doc es hat auf jeden fall ein ausrufungszeichen solarzellen die wollen wir nicht und sonst noch rekonstruktionsort setzen reparatur doc das ist ja jetzt auch nichts ne noch weg gucken wir rein hier gerade handelsposten 3 reparatur und ressourcendepot jetzt nicht das was wir wünschen warum kloppen die den kaputt und dann ist es ja auch eine sackgasse das heißt wir können auch gleich schon mal durchs tor wieder zurück weil das bringt uns ja hier gar nicht weiter war klar dass der gerade in dem moment kommen läuft oder man 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 aber ich wurde vor kurzem beschädigt oder doch weiß ich nicht ob ich das gemacht habe vielleicht habe ich auch gar keinen boiler gekriegt kann auch sein das ist ein held das ding läuft ne komm wieder zurück hier ist langweilig ich weiß gar nicht kriegen wir noch die kurve ja kriegen wir noch weil ich wollte gerade gucken haben wir überhaupt den c43 detektor drinnen ja ne ok der hat uns gesagt dass hier was ist nochmal gehustet wird langsam besser aber ne immer nochmal ab und zu so durchs tor wieder durch fliegen stück voran auf jeden fall sonst knallte da ist ja schon gewesen habt ihr gesehen wie schnell der da war diesmal so jetzt tor gab es auch keins ne schade oder das bedeutet wir müssen wieder zur kreuzung zurück warte man kann ja drauf gehen dann sieht man die tor 2 ich glaube das haben sie auch geändert ne das heißt wir fliegen jetzt da schnell hin und dann da wieder zurück und danach ist erst eine kreuzung gucken wir mal dass wir da hinkommen schnell ja wir fliegen da jetzt durch und dann dauert es ewig bis der kommt ne so handels posten handels posten ressourcendepot gas kollektor anderes schiff noch ein tor noch ein tor wer ist das wer ist das plastik hersteller und das eine fischfarm kennen wir ja schon das ist die frage was wir was wir natürlich machen können was wir bis jetzt nicht gemacht haben wir haben nicht das handelssystem in das andere schiff reingesetzt wer sind das zielerfassungssystem okay die hatten wir auch schon ja das ist komisch wenn man so dreht jetzt ist das zielerfassungssystem ist nicht mehr da ist jetzt noch da gewandert ne also das mit dem umschwenken halte ich jetzt ein bisschen doof weil sich irgendwie die galaxie dann auch gleichzeitig noch anders dreht so das ist nordwest das ist richtig unser schiff ist durch das bedeutet wir können weiter fliegen dahin was dahinter ist ne und das ist hier ein formjägerfabrik das hört sich ja relativ gut an ressourcendepot energieinwerterfabrik liegen wir gerade ein stück weg sonst knallt ja nachher wieder bei uns rein und dann drücken wir immer und wir gucken mal gerade was hier so gibt raumjäger energie leise kopf ressourcen energieinwerter super also nix jetzt brauchen wir das west tor das ist das die frage ne einfach weiter fliegen ne ich wollte jetzt ein paar raumjäger bauen aber wir haben ja gar nicht das was wir bauen also kein dock dafür ja können wir schneller fliegen müssen aber vorher noch warten bis er durch das eine tor ist shit hat nicht geklappt wir sind durchgeslidert obwohl es kommt keine meldung dass er mich nicht in ach er muss erst durch das eine tor glaubt durch und dann entdeckt er dass ich noch nicht mehr da bin ne oder hat sich das geändert das ist eine gute frage ne hier ist nur eine kreuzung oder da ist noch ein handelsdepot kurz auf karte gucken drei tore unter der handelsbosten ja dann müssen wir gerade gucken wahrscheinlich wird es aber so sein dass der wenn er durch das tor da hinten gleich durch ist dann meckert er dass er mich nicht sieht ich fliege mal ganz langsam rückwärts wir kriegen es ja mit wenn er immer die torgebühr bezahlen ob er mich dann entdeckt oder nicht ne aber bisher war das halt so dass er dann meckert ne aber wie lange braucht er denn noch vorher war auch kein punkt wo wir kreuzen konnten also da haben wir nur durch fliegen angesagt so bitte jetzt mal einen nirgendwo durchs tor springen vielleicht sollte man dem ein paar antriebe noch spendieren dann fliegt er schneller ne hm wir können ja sehen er ist noch zwei sektoren voraus genau vielleicht shoppt das ja mal irgendwann da durch das tor ne ja nimmt das ziel das tor und dann fliegt er da durch dann ist er hinterher und danach weiß er nicht mehr weil er eigentlich direkt anvisiert da wird zum schluss sozusagen das schiff ausgetauscht durch das tor wo man raus ist und dann weiß er das erst ja wäre schön wenn er jetzt was klappen würde dass er mal kommt ne ja ich sehe mal zu dass wir hier das hinkriegen das kann ja auch offline machen sozusagen dass der hier uns folgt und dann werden wir hier weitere Tore aussuchen also nächstes mal zwischen Tore und Tore und Tore. Tore und Handels posten sehen wir uns dann wieder falls ihr noch nicht abonniert habt dann macht das und wenn ihr gefallen an der folge gefunden hat dann bitte den daumen hoch und ich will hoffen dass ihr nächste folge da bei wieder seid darüber würde ich mich sicherlich freuen bis zur nächsten folge tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020